Willkommen bei der Firma Auto Bodenheimer GmbH. Heute mit einem VW T5 Multivan Highline 2,0 TDI mit 132 kW, 180 PS und einer 6-Gang-Schaltbox. Hier in einem hervorragenden Zustand und einer sehr, sehr guten Ausstattung. Heute im Angebot hier ein Multivan in Reflex Silbermetallic mit einer Laufleistung von 165.000 km. Die Service-Historie ist vollständig. Die letzte Inspektion ist datiert von 2018. Bei Kilometerstand 153.000 km. Wir haben hier den Originallack, das heißt wir haben hier bei diesem Fahrzeug keinerlei Nachlackierungen. Natürlich kein Rost, versteht sich von selbst. Wir haben hier eine Erstzulassung 10.000-2010, das heißt Modelljahr 2011. Zu den Extras. Wir sehen es unschwer, eine Anhängerkupplung, wir haben elektrische Schiebetüren, wir haben die Privacy-Verglasung, wir haben ein Navigationssystem RNS 510 mit Touch und DVD, wir haben ein Multifunktionslenkrad, das zeige ich Ihnen gleich, wenn wir ins Interieur gehen. Wir haben hier, das müssten 17 Zoll Räder sein, wenn mich nicht alles täuscht, wir können mal gerne nochmal hier näher rangehen. Das sind, jawohl, 235, 55, 17 mit ungefähr 60% Profil. Zu den kleinen Macken, die dieser VW-Bus hat, würde ich gerne hier mit der Kamera nochmal um das Fahrzeug laufen und hier sehen wir am Außenspiegel eine Lackbeschädigung. Wir schauen mal im Frontbereich, hier sehen wir auch die PDC, das heißt Einparkhilfe vorne, wir haben natürlich auch Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera. Im vorderen Bereich sehen wir hier, oder ich sehe zumindest nichts, die vordere Bereifung hat auch 60% circa, hier haben wir eine ganz kleine Macke. Ansonsten stellt sich hier das Lackbild sehr homogen dar, wie gesagt, ohne Nachlackierungen, das ist nur ein Mückchen. Und im hinteren Bereich haben wir hier noch eine ganz minimale Lackbeschädigung, natürlich hier bei einem Multivan, die größten Beschädigungen treten hier auf im Ladebereich. Da ist quasi, könnte man was tun, muss man aber nicht. Hier haben wir noch eine Beschädigung. Das ganze Fahrzeug kommt mit einer 12-monatigen Premium-Garantie zu Ihnen. Und nun werde ich Ihnen mal das Interieur zeigen. Wir haben hier eine Teilneiderausstattung in hellgrau oder auch Platin mit jeweils zwei Mittelarmlehnen. Wir haben hier das Navigationssystem RNS 510, die 6-Gang-Schallbox, eine Klimaautomatik. Wir haben, wie gesagt, Rückfahrkamera, das wunderschöne Dreispeichensportlenkrad mit Multifunktion. Wir haben ein Tempomat, wir haben anklappbare Spiegel, wir haben elektrische Fensterheber, wir haben beheizbare Spiegel. Wir haben eine Funkzentralverriegelung, wir haben einen automatisch abblendbaren Innenspiegel. Wir haben Rollos, wo es sein soll, hinten Seite. Wir haben auch hier eine, das zeige ich Ihnen gleich mal von dieser Seite aus, elektrische Türen, wie erwähnt. Auch hinten hier in der zweiten Reihe Teilledersitze mit einem Tisch, den man hier aufklappen kann, auch bewegen kann. Das ganze Fahrzeug ist ein Nichtraucherfahrzeug, unfallfrei. Und hier sieht man die hintere Reihe. Wir haben noch einen Satz Winterreifen dazu, die noch in sehr gutem Zustand sind. Wir schauen mal kurz in den Motor. Das Fahrzeug ist übrigens zweite Hand und wie gesagt, durchgehend gepflegt worden. So sieht der TDI aus, wenn man die Haube aufmacht, nicht ausmacht, aufmacht. Und den starten wir jetzt mal gleich. Wir haben ja auch eine Soundanlage verbaut. Also ein Fahrzeug, das keine Wünsche übrig lässt, was die Ausstattung anbelangt. Ein Fahrzeug für Familien, für Reisende. Ja, und so klingt dann so ein TDI. In so einem Multivan macht auch ein Diesel Sinn. Wir haben hier einen Euro 5 Diesel, der mit diesem 180 PS Motor auch leistungsmäßig hier gut im Futter steht und diesen Bus Komod bewegen lässt, oder sich bewegen lässt mit dieser Leistung. Und den Drehmoment, wir haben etwa 400 Newtonmeter. Das heißt, man kommt hier ganz gut von der Stelle. Wir haben hier im Innenraum auch, wie man sieht, keinerlei Beschädigungen, was Armaturenbrett anbelangt. Oder auch im Sitzbereich. Hier im Tür-Pappenbereich ist auch alles in Ordnung. Und ja, das soweit erstmal hier zu diesem VW-Bus der fünften, nicht der fünften Generation, doch der fünften Generation T, wie Transporter. Und ich verabschiede mich erstmal hier von der Firma Auto Bodenheimer. Mein Name ist Ralf Skiba, auch bekannt vom Channel Skibas Youngtimer Kaufberatung. Und hier mit diesem schönen VW-Bus T5 Highline 2,0 TDI 180 PS mit einer Laufleistung von 165.000 Kilometer für Sie inklusive 12 Monate Garantie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Schauen Sie weiterhin rein, abonnieren Sie unseren Kanal, denn wir haben bekanntlich immer schöne und besondere Fahrzeuge hier am Start. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.